Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Video hier soll vor allem ein paar Informationen für euch bereitstellen, aber am Ende kommen auch noch ein paar schöne Motorradfahraufnahmen, damit ihr etwas auf eure Kosten kommt. Und zwar habt ihr sicherlich auch mitbekommen, dass das Corona-Virus ganz schön um sich greift und dadurch viele Veranstaltungen, leider auch motorsportliche und andere Rennveranstaltungen abgesagt werden. Unter anderem die Automesse Chemnitz oder die Autoshow im Autodrom-Most, wo wir eigentlich hingehen wollten, mit der Kamera dabei sein wollten und für euch coole Videos produzieren. Das geht alles jetzt nicht mehr und deshalb kann es sein, dass jetzt nicht mehr regelmäßig jede Woche ein Video kommt, weil wir einfach nichts haben, wo wir hingehen können, was wir filmen können. Deshalb würde ich euch bitten, abonniert am besten den Kanal und drückt die Glocke, dass ihr immer mitbekommt, wenn wir ein neues Video raushauen, das euch angucken könnt. Und wir tun unser Bestes, viel Content für euch zu produzieren. Bis dahin wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß bei den Fahraufnahmen und ein schönes Wochenende. Haut rein! Bis dahin wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß bei den Fahraufnahmen und ein schönes Wochenende. Bis dahin wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß bei den Fahraufnahmen und ein schönes Wochenende. Bis dahin wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß bei den Fahraufnahmen und ein schönes Wochenende. Bis dahin wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß bei den Fahraufnahmen und ein schönes Wochenende. Bis dahin wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß bei den Fahraufnahmen und ein schönes Wochenende. Bis dahin wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß bei den Fahraufnahmen und ein schönes Wochenende. Bis dahin wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß bei den Fahraufnahmen und ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.